Was ist denn das für ein Mädchen, deine neue Verehrerin? Was macht sie denn so? Wo kommt sie denn her? Ich glaube, sie kommt aus dem Norden. Aus Finnland. Aus einer Schuhfabrik. Sie ist den halben Weg hierher zu Fuß gegangen. Weil sie nichts besaß und auf der Suche nach ihrem Traumprinzen war. Nur einen Rucksack voller schwedischer Schuhe. Und hat sich als blinder Passagier auf einem Handelsschiff versteckt.